ähm... Benzinfuß? Hier, Musik, wo machen wir? Zapfhahn entfernen Logbuch Arcade-Spiel Komm mal ran hier, oder? Klar... Aber hier ist bestimmt wieder so ein kleines lustiges Minigame Leute, können Sie bitte mein Logbuch finden? Ah, die Ständerbohrmaschine Ja Warte, hier hinten war das Hier Oh Ah Hm Come on Oh Wenn er auf den Boden kommt, oder wann gibt's den Punkt ja, ne? Hm Ah, jawohl Wahrscheinlich Oh Oh Krass Vonnebengesprungen Dammit Hm Nice Hey Kannst du das sehen? Was sagst du rum an mir? Voll mein Game Oh Shit Ja, mein Decker Hm Hm Danke Ja Gut Se, auf Warn Gaff Ich will das nicht überhören Ich aber nicht überhören Bis jetzt geht's Gange 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 Was ist denn hier? Hier wollen wir doch gar nicht hin. Ist das immer schwerer oder was? Ja. Nicht gut genug, Leo. Was ist denn? War das so ein scheiß Luftbuch? Ja, ich hab's schon. Hey! Jetzt geht's los hier. Wir haben die 180 geworfen. Hey, Leute! Ich hab's schon 180 geworfen. Ich hab's schon 180 geworfen. Almost there. Mmmh. Oh! Oh! Ich weiß es, ich hab die Chance. Leute, können Sie bitte mein Lockbuch finden? Ich hab keine Bock mehr auf die Scheiße. Hmh. Komm, Vincent. Geh rein! Nein! Rein in die Butze! Ja! Okay, jetzt schau, Junge. Mach's Bait. Get' bei! Ach so, das ist die Szene vom Anfang immer. Okay. Ich sage nur, dass das Buch wirklich hilft. Ich meine, natürlich, es geht zu dir. Ich sage nur, dass es für mich funktioniert, aber es muss nicht... Anyways, ich sage nur, dass es eine gute Sache ist. Das ist alles. Du fühlst mich? Ja, aber ich bin wirklich nicht der Schrift. Ja, ja, ja. Ich meine, es war einfach eine Idee. Es war einfach... Anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Ja. Mal sehen, wo wir hin. Fliegen mit dem Mugen. Voll schön. Wir sind auf dem Druckpunkt. Ihr seid bereit? Ja. Okay, erinnern Sie, auf dem Arm und Leger zu fallen, wenn manövren Sie sich nicht. Und nicht vergessen, dass ich die Schuhe in Zeit schreien. Welche ich schreien? Das ist das? Ja, das ist das. Das ist das. Ich werde das nicht schreien. Okay. Auf geht er. Oh Gott. Oh Gott. Ob du hast die Knarre an der Hand. Ich bin okay. komm mal zu mir ein bisschen er komme ich zu dir ich drücke den stick nach vorne ich hoffe wir sind nicht so tief also eine absolut enge kiste ja ich war viel zu weit weg ja das konnte ja gar keiner wissen dass der so ein bisschen nähe bleiben wenn wir das schon wissen wir das jetzt willkommen steuer aber die steuer ist die noch auch gerade halte ich mal so dass ich nach unten dass ich ein bisschen rankommen die sich noch an hier um er zwei er zwei das sieht ein bisschen romantisch aus ich leo leo so ich Willst du mir erzählen, oder sollst du dich einfach sagen? Das ist nicht lustig, okay? Ich denke, es ist. Also? Was? Willst du mir erzählen oder nicht? Okay, okay, ich schraubte, als ich jung bin, glücklich? Ich will noch mehr wissen. Was schraubte? Was schraubte? Was schraubte? Was schraubte? Ich schraubte von einem verdammten Baum und habe meine Arme zerbrochen. Stoppen zu fragen. Das ist es? Du hast deine Arme zerbrochen? Was bedeutet das? Ich war acht Jahre alt! Hast du schraubte? Okay, ich habe genug genug. Ich lasse ihn gehen, wenn du diese schraubten Fragen hättest. Haha. Sei mein Guest. Mache einfach, dass du viel mehr als ein Arme zerbrochen kannst. Ich liebe dich, Mann! Nein, du nicht. Butterweiche Landung. Oh findest du? Ja. Sind wir nicht? Ja, ich finde das! Die sich nicht fällt kurz in dir! Ja, ich habe dich, Leo. Donn' du schraubte mich! Just du hast mich heute in dir, okay? Ich meine das nicht, nicht drüber! Ich werde nicht. es wird nur seine waffen aufweg von leo glaube ich ne prinzipiell müsste er nicht so die hinger am vordergrund das ist die die ich hatte nötig zwischen dem uns gelandete russer ich habe mich so schön jetzt sind wir da schon wo Harvey ist, jetzt müssen wir uns den so ein bisschen schnappen gestern gestern kurser dieser kostet st st und noch nicht ich wollte eigentlich entdeckung 4 ok aber und ich drück die ganze wegs am besten wäre glaube ich mit einem tagdown sogar ne aber kriegen wir die mit einem tagdown beide du musstest dann den nehmen der auf deiner seite steht ne ich war noch mal takedown und welche taste ok das war ein bisschen zu spät aber egal jetzt ist ein bisschen härter halt gut dass der plan so gut funktioniert mit dem tagdown egal schluss auf kommen wir nicht haben wir unendlich money da wie das da 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 Just stay low, that way. Wir können uns nicht treffen, oder? Oha! Er trifft mich einfach. Er trifft mit den Hip-Marker. Ich muss hier irgendwo sein. Oh! Garde. Und ein Bierchen hier zu stellen. Okay, du musst laufen und... okay. Wo sind die Gegners? Oh! Einmal daneben. Den kann ich nicht, oder? Warte. Hedge. Hä? Da kommt ein Headshot drin, oder? Das war's, glaub ich, ne? Ich komm mal damit. Da kommt ein. Ich muss nicht nur damit. Ich muss nicht nur damit kommen. ich stehe mir da neben mir Leo still needs my help Leo still needs my help that should be all of them Auf geht's hoch die Garage Looks like we're not using this bridge Hey Leo come here Wenn ich einfach rüberkledert Ja mit Gewalt oder Easy Okay Let's go Mira I love you I love you Hey, get on there Hey, get on there I love you Oh nein, oh nein. Der Truck? Nein, der ist nicht die Lösung. Oh. Was ist das? Das Auto kommt nicht mehr, oder? Ich denke, hier oben auch. Ah, hier unten ist der Auto. Alter, auch noch. Achso, ging es darum, den Zaun wegzumachen im Prinzip, oder was? Dafür wechseln? Oh, was haben wir denn hier noch so schönes liegen? Pumpe? Mh... Oh, wir haben mal eine Pumpe mit. Wir haben mal andere Dinge da hinten. Ja... Wir können bestimmt close fight, sonst wird da keine Pumpe liegen. Ja... Reine die Olga. Eine, eins, zwei, drei... Ja... 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 ich habe drei schüsse gedrückt mir ist der alter neben gesetzt ok komm, egal, jetzt, jetzt fachs ich muss hier sein da oben ist noch einer da sehr schön das vorarbeiten schau es wird ja noch mal da oben Ich hab einfach in den Arm gerotzt. Oh, was ist das? Hat ja meinen Bruder umgebracht, ne, und deinen... Weiß ich nicht. Ah, genau. Mula. Mula. Halt den Scheiß. Ein weiteres Wort von dir und ich werde ein Blut in deinem Gesicht. Warte, warte, warte. Leo. Ich habe noch das. Das ist das, was du hier für, richtig? Die Diamante. Es ist alles dein. Es ist in der Schacht. Da, da, du kannst du es. Komm, komm, komm. Komm. Dich. Hier. Hier, Take it. Um Alter Alter Hm 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 Shit More men are coming, we gotta go, come on Die rotzen ihm da alles ins Gesicht und Er fällt und fällt nicht um Oh, wir sind ja einfach der Mobbet Ich wollte sagen Oh, wie auch ne, sie rotzen ihm da mit der Pumpe zwischen die, zwischen die Augen Er fällt einfach nicht um Ne, ne, der war Eiser Schrotladung genau zwischen die Augen Ach Hier sie kommen Shit Just keep going We gotta find Emily Should be this way No stencil